Bitteschön, einmal orange für dich. Und Goli, Leute, grüß Goli, gibst du meinen Namen oder grüß? Ich bin da. Herr Zymotkowski, Sie sind heute hier mit den Kindern von St. Fabian und St. Sebastian. Was passiert denn heute hier? Heute nehmen wir in einem Projekt teil, nach einem Konzept von mir. Das heißt, Projekt Länge mal Breite kann auch gut aussehen. Und was genau machen Sie mit den Kindern? Länge mal Breite? Länge mal Breite ist natürlich ein Format. Es gibt das lange Bild, das breite Bild. Und interessant ist ja, wenn man Länge und Breite übereinander legt, dann gibt es ein Kreuz. Ich nehme Geld. Nein, nein. Das großformatige Bild ist für Kinder etwas ganz Schwieriges. Kinder verfügen nicht über ein räumliches Sehen. Und ich bin dabei, ich habe eine Beratungsfunktion. Und die Gerüche, die die Selbstständige, die eine großformatige Leinwand bearbeiten, auf Fläche, gehen ein Gericht zufrieden. Müssen die Kinder dann auch ein bisschen anders denken, anders rangehen an das Bild? Ja. Inwiefern? Mit einem großen Pinsel, mit Schwung und den Ladenarbeiten. Sonst haben wir das kleine Papierformat, durch so ein bisschen zählicher zugegeben. Hier können Sie sich also wirklich auch auszuholen. An der Länge, aber es geht auch immer in der Breite und Höhe. Und wie machen sich die Kinder? Ich bin besser zufrieden wie alle Kinder in uns. Ich bin besser zufrieden wie alle Kinder in uns.